Morgen Leute, es ist Montag, minus zweieinhalb Grad hübt. Es geht nach Schwieberdingen und nach Singen am Bodensee. Ein bisschen Palettenware. Ein bisschen Palettenware. Ein bisschen Palettenware. Ein bisschen Palettenware. Ich bin gerade auf dem Weg nach Singen, habe ein Schweberding oder Schweberding oder wie der Schwabe sagen tut, ganz einfach, obkladen, denke ich mal, dass das so heißt, ich habe keine Ahnung, aber hört sich gut an, egal, ja ich bin auf dem Weg nach Singen, zum zweiten Kunden, habe da was abzuladen, habe dann auch schon meine Rückladeadresse auf der Schwebschen halb und... ... 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 Ich bin mega begeistert. Mein Auto glänzt endlich wieder. Jetzt kann der Regen kommen. Meistens so. So ist der Top. Nur schnell die Spiegel reinigen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich habe jetzt abgesattelt, umgesattelt, rumgesattelt, weggesattelt. Ich habe hier auf dem Hof noch mal so ein bisschen am Auto die Luft geprüft und Landsberg am Lech. Ist so Standard-Tour. Für mich ist ja mein Raum, Berge und so, wobei, na gut, bei Fernseh zieht man so ganz gut. Morgen früh um sechs Termin. Ja, ich wollte sagen, wir düsen mal los. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich wollte sagen. Wir düsen mal los. Und ich düse, 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 düse im Sause-Schritt und bring die Ware weg. Ja, ich schau. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich wollte sagen. Ja, ich weiß. Und ich wollte sagen. Aber ich weiß. Ja, ich ophelš Mattias. Untertitelung des ZDF, 2020